Januvakra Sarvangasana ist der Schulterstand mit gebeugten Knien. Es gibt mehrere Variationen. Die eine ist, du beugst die Knie und gibst die Fasen auf das Gesäß und die Knie zum Himmel hin. Zweite Möglichkeit, die Oberschenkel parallel zum Boden. Das wird auch genannt Vajra Sarvangasana. Und als drittes eine einfache Stellung zum Zwischendurch ausruhen mit gebeugten Knien. Die Knie zum Kopf bringen. Und das ist dann auch Januvshirshasarvangasana, eben der Schulterstand mit Knien auf dem Kopf.